30 Sekunden. Wir haben mittlerweile vier spannende Starts. Drei. Drei waren es. Das waren so viele Starts und so viele Teilnehmer. Wir haben heute 64 Starter hier auf dem Kurs. In die linke, weiße Boje wird herumgepaddelt. Wie sieht denn die Abkürzung aus? Wo darf man dann Land fahren? Die Abkürzung ist genau, wenn man jetzt von Land guckt, die zweite... Ne, Moment, Entschuldigung. Das müsste... Die blaue Boje ist es dort. Da darf man dann abkürzen. Sehr spannendes Test. Das ist die blaue Boje, damit man auch weiß, welche genau gemeint ist. Das ist die Superland-Boje. Alles klar. Wir gucken einfach mal ein bisschen, was jetzt hier passiert. Und sobald es etwas Spannendes überrichten gibt, grätschst du ein. Und wenn ich die Schüsse so mache? Nee, 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 nee. Da ist eine Pläne. Hey, don't you cook me. Die lustigen Heiko-Kommentare. Er meinte, ich bin aus der Form. Das ist ja nur live. Du verhungerst? Ist auch gut. Nein, das ist nicht gut. Lass uns ein Eis essen. Ja komm, jetzt glasen wir sofort aus und gehen selber ins Wasser. Tschüss Facebook, macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.